Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen, Tom. Habt ihr Uli heute schon gesehen? Nee, ich dachte, der schläft noch. Jedenfalls nicht hier. Wir haben uns gestern auf Ninas Party gestritten und das einfach abgehauen. Und seitdem hab ich ihn nicht mehr gesehen. Das passt gar nicht zu ihm. Wenn ich bloß wüsste, wo er steckt. Kann es nicht sein, dass er noch ein bisschen mit Christian um die Häuser gezogen ist? Christian war aber noch da, als Uli gegangen ist. Vielleicht sind sie sich in irgendeinem Club über den Weg gelaufen und feiern noch. Wahrscheinlich habt ihr recht. Ich seh das wohl alles ein bisschen zu eng. Morgen. Morgen. Noch Kaffee da? So, Christian, hast du eine Ahnung, wo Uli steckt? Also in meinem Bett liegt er jedenfalls nicht. Kannst du mir mal erklären, was ich hier mache? Wir haben uns heute Nacht kennengelernt. Ich bin Lukas. Was haben wir? Erinnerst du dich an gar nichts mehr? Das wollte ich nicht. Ich meine, ist irgendwas gelaufen zwischen uns? Leider bist du vorher eingeschlafen. Und wann? Ich hab nicht mal mehr einen Kuss bekommen. Nie wieder Alkohol. Stimmt. Denn bevor du eingeschlafen bist, hast du mich Tom genannt. Tom. Ich komm zu spät zur Arbeit. Schade. Ich wollte dir gerade zeigen, was du heute Nacht versäumt hast. Ja, danke. Ich hab schon genug ersehlt. Ich muss sofort los. Wie wär's mit dem Kaffee? Nee, meine Chefin fress mir den Kopf ab. Also, ciao. Uli. Irgendwo warst du denn? Ich hab mir tierische Sorgen gemacht. Tja, das ist so. Ich wollte das alles nicht. Es tut mir leid. Bist du noch durch die Clubs gezogen? Wieso? Nach unserem Streit gestern könnte ich das verstehen. Ich musste einfach mal alleine sein. Uli. Unser Streit gestern. Das war total bescheuert. Ich hab mich eigentlich gerade cool verhalten. Hast du dich meinetwegen betrunken? Wie kommst du denn darauf? Du hast eine ziemliche Fahne. Bist du bis eben unterwegs gewesen? Tom. Können wir den ganzen Mist nicht einfach vergessen? Kein Missverständnis und kein Streit mehr, okay? So eine Nacht allein kann ziemlich einsam sein. Hey, Uli. Daniel, hi. Heute Nacht hast du den Nachhauseweg nicht gefunden und Ray hat's ganz schön wie ein Blinder durch die Gegend. Sorry. Was ist denn los mit dir? Immer noch verkatert? Oder immer noch Stress mit Tom? Es geht schon wieder. Ja. Dafür siehst du aber nicht besonders glücklich aus. Na ja, ich hatte gestern Abend vielleicht doch ein Cocktail zu viel. Und das hat Tom dir nicht verziehen. Na ja, wie man's nimmt. Mh, bei dem Essen der Zeit, die Uli garantiert. Ist doch schon längst ein Okay zwischen uns. Begriff du ja nicht so viel. Dass ihr euch dauernd streitet und wie ihr versöhnt, mich ja gerade noch verstehen. Wie jetzt? Na ja. Streiten, versöhnen, essen. Alle zwei Wochen macht auf die Dauer bestimmt ganz schön fett. Das war mit Sicherheit der letzte Streit. Das spür ich dir. Na dann, viel Spaß. Ey. Ich hoffe, du hast ordentlich Hunger. Das ist bestimmt Alexa. Was machst du denn hier? Du hast dich ganz schön schön aus dem Staub gemacht heute Morgen. Besuch? Das hier hast du heute Morgen vergessen. Im Club. Vielen Dank. Ziemlich heftig der Abend gestern, hm? Ist ja noch mal gut gegangen. Ich bin Tom, Uli's Freund. Lukas. Hast du Lust auf ein Glas Wein? Ne, danke, ich muss weiter. Danke dir noch mal, Lukas. Keine Kursache. Schönen Abend noch. Dir auch. Ist doch klasse, dass es noch ehrliche Menschen gibt, hm? Es muss ja was ganz Wichtiges sein, wenn du nicht bis nach dem Essen warten kannst. Ja, ist es auch. Und warum wolltest du mit mir alleine sein? Geht's dir nicht gut? Ne, und ehrlich gesagt, geht's mir heute schlechter als je zuvor. Ach, bist du nur noch verkatert. Tom, ich muss dir was erklären. Du legst schon los. Mich haut zu schnell nichts um. Du hast doch selbst gemerkt, wie oft wir uns in letzter Zeit gezofft haben. Das war mein Fehler, aber auch deiner. Uli, ich mach den gleichen Fehler nicht ein zweites Mal. Ich weiß jetzt, was falsch gelaufen ist zwischen uns. Uli, du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Es liegt alles an mir. Ich bin voll Idiot, hab alles kaputt gemacht. Uli, du hast nichts kaputt gemacht. Doch. Der Typ, der mir vorhin das Portemonnaie gebracht hat. Ja. Ich war die ganze Nacht bei ihm. Ich war die ganze Nacht bei ihm.